Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Hardline Beta. Überlebenskunst? Was ist denn das? Einfach mal kaufen. Und hier nehmen wir das Metikit. Und gucken mal, was dann passiert. Wir wollen jetzt einfach mal so ein Auto. Machen wir hier noch ein bisschen Stimmung. Und dann sollte das doch hoffentlich passen. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe hier einen richtigen Autonube gefunden. Das ist natürlich perfekt. Ich bin Squad Leader, ist ja schön. Jetzt bin ich die Stärke noch ausgestiegen. Das ist scheiße. Dann explodierte schon unser Auto. Warte, ich tue mal hier. Soll das ja vielleicht funktionieren? Wir haben ein Fahrzeug, das braucht, um zu verabschieden. Wir müssen das Auto einnehmen. Soll das doch dann vielleicht auch passen? Das ist ja schick. Damit besitzen wir das Auto. Da fahren ein paar Tanklastwagen rum. Jawoll. Warum denn auch nicht? Hm. Gestern gab es ja schon mal eine Runde. Ich hoffe, hier ist gerade keiner aus dem richtigen Auto ausgestiegen. Das bleibt ihm schon scheiße. Aber wir haben zumindest erst mal hoch, den Tanklastwagen hinzubekommen. Schau die Suspekte aus unserem Fahrzeug! Unsere unit-unit-unit-unit-unit-unit. Ich habe mich jetzt hier wenig gesehen überfahren. Das hatte ich zumindest gehofft, dass ich da einen unter mir begrabe. Mit so einem LKW. Um überfahren zu werden, ist ja jetzt nicht ganz so leicht. Aber gut. Ich bin erstaunt, wie lange wir hier überleben. Aber ohne Scheiß. Ich hätte das nicht erwartet. Das leckt es gerade ein bisschen. Aber das hat der Server manchmal so an sich, wenn da gerade so viele neue Fahrzeuge sind. Ich werde jetzt einfach mal hier das Ding spotten. Nein! Spring nicht runter! Fuck! Ich würde dich überfahren. Das macht auf alle Fälle wahnsinnig funnies. Ich muss echt sagen. Also den Modi habe ich schon auf der Gamescom gefeiert. Und ja. Das ist den ganzen Spaß. Auf dem eigenen PC zu gehen. Das ist natürlich auch geil. Die Grafik sieht eigentlich auch echt schick aus. Der Innenraum ist hier im LKW, glaube ich, früher nicht mal auf der höchsten Stufe. Geiler, als wenn man sich den in der Crew den Innenraum anguckt. Also da haben die sich hier echt Mühe gegeben. Ein schickes... Eine schicke Runde draus zu machen. A little help preparing this vehicle. Hä? Fahre! Nein! Fuck! Ich habe keinen eisigen Überfahren. Was ist denn das für Scheiß? Das regt mich gerade ein bisschen auf. Er ist da oben. Huh. Was konnte ich denn nicht mehr spawnen? Naja. Mach mal eben noch ne Runde Tanklastwagen. Hast es ja gerade. Oho, wüsste ich. Das ist ein Schicksal! Sehr schick. Haben wir jetzt erstmal hier den ganzen Spaß wieder eingenommen. Nein. Ah scheiße, jetzt haben die mich hier rausgesnipert. Das ist... Ich habe ja im letzten Part gesagt, das geht. Ähm, habe ich auch ein, zwei Mal schon geschafft, aber... Ach scheiße, jetzt ist er schon wieder da unten. Äh, wo spawn ich denn da jetzt? Haben wir mal hier auf dem Moped. Jawoll, Beitritt. Mal gucken, wie gut er sich da jetzt hier anstellt. Ja. Ist das ja schick, Huch. Auf jeden Fall sind wir flott unterwegs. Schon mal echt schick. Ah, nachladen! Nein! Fuck! Das war gerade ein bisschen scheiße. Da bin ich zu schnell um die Ecke gerannt. Aber gut. Ich bin gespannt, wenn man dann jetzt die Beta sich hier geholt hat, ob man das dann, oder die Beta, ob man sich dann den ganzen Spaß, also die Punkte und sowas dann auch beibehält. Das wäre irgendwie geil. Was muss ich sagen? Äh, warum decken wir das jetzt jetzt? Stürb! Mann! Mist! Ja, jetzt verfalle ich gerade wieder in meiner klassischen alten Battlefield. Vier. Ja, schlechten Dinge, wie auch immer. Wo treten wir jetzt bei? Wir haben mal wieder nichts. Nehmen wir mal ein Automobil. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Dodge. Ähm. Finde ich ja an sich eigentlich auch ganz geil. Wäre aber natürlich noch geiler, wenn dann hier ein paar... Ähm. Scheiße! Oh. Oh. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah. Fuck. Bug. Das ist jetzt erstmal ein Bug. Hä? Kann ich da überhaupt was machen? Damage krieg ich zumindest noch. Begemerkt. Neue Mobil Unit operational. So richtig? Was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich habe da gerade ein Bug gefunden. Na gut, jetzt sterbe ich. Hoffentlich. Jawoll. Reanimation. Aha. Du bist unter dem Rast! Muss ich also noch eine Granate werfen? Ich habe keine mehr. Hä? Was ist denn das jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder free. Werfen wir jetzt einfach mal was hin. Die werden sich schon drüber freuen, denke ich mal. So kann ich mir vorstellen. Hm. Gucken wir mal, ob hier irgendwelche sind. Nein! Fuck! Ich stelle mich gerade ein bisschen noobhaft an, wenn ich das sagen darf. Ich habe es bestimmt schon längst in den Kommentaren geschrieben. Aber gut. Ich gehe wieder als Mechanic rein, da habe ich mehr Chancen. Was haben wir hier sonst noch so? Schau! Schau! Das Kran kommt runter! Ah. Was ist das? Egal! Aaaaah! Egal! Egal! Ein Fahrzeug für Repossession. Wollen wir uns einfach mal hier so ein paar Autobahn bieten? So, scheiße, sind sie auch unter uns. Und es ist wieder der Tanklaster. Allmählich wird es aber schwer, mit dem hier rauszukommen. Weil die hier immer mehr Brücken kaputt machen. Aber egal. Wir snaggen uns hier erstmal ein paar Punkte. Ah, scheiße. Ich habe nicht erwischt. Das war echt unpraktisch. Ah, hier steht so viel Kahn. Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Das ist, glaube ich, gerade das Schüttelrad, wie ich hier fahre. Ich hatte leider keine andere Wegmöglichkeit. Wieso wurde ich gerade überfahren? Das habe ich gar nicht gesehen, aber es hat mal wieder geleckt. Von daher, hm. Das mit dem Ausrüstungsblinken, das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Das mit dem Ausrüstungsblinken, das geht mir ganz. Quasi reparieren wie eine Runde. Hallo, was machst du denn, du? Das ist mittlerweile Level 8. Auch nicht schlecht. Wir haben einen Kill. Ah! Da wurde ich rausgesnibert, anscheinend. Ich denke mal, das Auto wird weiterfahren. Fährt zumindest. Ich glaube, es fährt weiter. Wir schließen uns einmal jetzt hier mal ein bisschen die Fußfolge an. Gucken mal, was da so passiert. Okay. Letztes Squad-Netzlied. Okay. Dann fahrt, wenn ihr mal so schon frei seid. Kommt man dorthin. Ah, scheiße. Ich bin hier gerade ein bisschen frei. Fällt mir jetzt nicht so. Ah, scheiße. Ich hätte einfach mit dem Knüppel da drüber gehen sollen. Naja. Ich muss dazu sagen, dass der Beta ist jetzt auch erst seit fast zwei Stunden online. Also so viele werden da jetzt auch noch nicht gezockt haben. Aber gut. Aber gut. Machen wir mal hier eine kleine Verfolgungsgärm. Oh, warum habe ich hier so lange das Kuhn oder Kuhn? Keine Ahnung. So wird es vielleicht doch ein bisschen Banani. Wir gleiten jetzt einfach mal hier. Das ist hier anscheinend. Komm mal jetzt hier rechts. Ich habe eyes on suspect. Gehen wir mal hier links. Springen wir mal durch. Ich hoffe mal... Das Auto ist jetzt noch frei. Jawohl. Sehr schick. Ich komme dort auf der Blumenrabatte. Arschloch. Gehen wir jetzt hin. Hm. Na, wir steigen jetzt einfach mal hier ein Heli ein. Das war jetzt wirklich perfekt. Naja. Gut. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch so machen. Ups. Da ist auch einer gerade überfahren worden. Wie schön es auch immer ist. So. 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 Das snacken wir uns jetzt mal wieder. Huch. Hoffentlich das Automobil. Hier, du gehst das Rad. Da haben wir jetzt hoffentlich unser Automobil. Sehr schön. Wir haben verloren. Schade. Ich bin zwölfmal gestorben. Das ist auch nicht so toll. Aber gab 4000 Punkte. 4.500 Punkte. Immerhin schön. Level 8 sollten wir eigentlich jetzt auch schon erreicht haben, oder? Jawohl. Jawohl. Sehr, 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 sehr schick. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.